Wie schon erwähnt, ist die Röntgenstrukturanalyse eine der wichtigsten Methoden zur Strukturaufklärung von Proteinen. Die Methode arbeitet, wie der Name schon sagt, mit Röntgenstrahlung, also elektromagnetischen Wellen einer Wellenlänge von etwa 0,1 bis 10 Nanometern. Im Kern ist der Messaufbau simple. Wir nehmen ein Proteinkristall und platzieren ihn zwischen einer Röntgenquelle und einem Detektor auf einem drehbaren Stab. Die Röntgenstrahlung fällt auf den Kristall und wird am Kristallgitter gebeugt. Die gebeugten Strahlen treffen dann auf den Detektor und es wird ein Beugungsmuster erkennbar. Dabei wird der Kristall um die eigene Achse rotiert, um ein vollständiges Bild zu erhalten. Aber wie kommen wir vom Beugungsmuster zur Proteinstruktur? Die Geometrie des Kristallgitters sorgt dafür, dass sich die gebeugten Röntgenstrahlen zum Teil verstärken oder gegenseitig auslöschen. Man spricht hier von konstruktiver oder destruktiver Interferenz. Das Kristallgitter bestimmt also die Position der Beugungsreflexe. Die Art der Atome im Kristall bzw. die Anzahl ihrer Elektronen bestimmt die Intensität der Beugungsreflexe. Denn ein schweres Element mit vielen Elektronen beugt Röntgenstrahlung stärker als ein leichtes. Mit diesen Informationen kann aus dem Beugungsmuster eine Karte der Elektronendichte und daraus ein Strukturmodell für ein Protein entwickelt werden.